Die Frage, ob ich jemanden mit meiner Musik ansprechen will, stört sich für mich gar nicht. Es ist so wie in der wissenschaftlichen Forschung. Man versucht, ein Problem zu lösen aus Interesse an der Sache und kümmert sich nicht um den praktischen Nutzen. So ist auch die Frage, ob jemand das braucht, was ich mache, unwesentlich. Ich lebe heute und hier, bin ungewollt Teil einer Kultur und was ich produziere, wird sich mit der Zeit durchsetzen oder nicht. Man kann die Relevanz eines Kunstwerkes für eine Kultur erst im Nachhinein beurteilen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kylveria Ich habe eine Utopische Gesellschaft entwickelt. Das Paradies des Menschen ist etwas, das nicht existiert. Es ist ein Paradies, aber es ist ein Paradies, das nicht funktioniert. Es ist auch ein Symbol des alten Landes des Westen. Zug Nr. 228 von Hamburg über Köln, Darmstadt, Wien nach Budapest. Absatz 14.32. Als ich 3 Jahre alt war, war ich in die kleine Stadt in den Karpathen. Meine Mutter hat gesehen, dass ich nicht die Aradies lief. Und sie hat mich gefordert, dass ich mit meiner Hand die Aradies zu nehmen. Ich hatte enormes Angst, aber sie war da und sie hat mich gefordert. Als ich klein war, war es in Adiches-Saint-Martol, im Zentrum der Transylvanie. Es war eine sehr kleine Stadt von 5.000 Mitgliedern. Wo in der Frühstück, wenn ich da war, gab es sogar die Loupes kamen. Das war sehr gefährlich. Da, wir haben viele Musik gehört, aber nur Tzigan. Wenn ich meine Stadt zu erkennen, war es verändert. Es verändert sich total. Wie? Die kloche sind dens dieselben. In die Kloche sind denselben. Oh, das ist los. Das ist die Syn Becky. Wo es existiert? Ich wurde nat an das Loch nach der schizophrenia. Ja, ich bin in diese Haus. Das hat nicht verändert. Ich habe hier gesehen, dass ich mit dem Grenier der Haus wo ich bin, war ein Kind. Es hat nicht verändert, es ist die gleiche Sache, die Toile d'Araignée. Es ist ein bisschen chaotisch, heute, es ist zu verabschieden, aber mit plein d'Etoiles d'Araignée. Beaucoup de fois, je ne voulais pas voir, avec 5 ans, j'étais très introverti, je lis beaucoup, depuis que j'étais 3, j'ai plein de livres, les livres des enfants, les contes de Mille et Une Nuits, surtout les grandes collections des contes hongroises, des choses allemandes, j'ai lu aussi l'allemand, même, j'ai parlé très mal l'allemand, mais je pouvais lire, et je ne sais pas comment, par une erreur, quelqu'un m'a donné un livre d'histoires, on dit nouvelles, des nouvelles de Crudy, qui n'est absolument pas permis pour les enfants, peut-être le titre, je ne me souviens de le titre, et donc, et je lis ça, le grenier, on était avec 5 ans, et je suis triste, et quelque chose est totalement, c'était une tombe de mélancro, mélancolie. Et dans la nouvelle, il ne se passe rien, le tombe est immobile, le passage est immobile, ça ne change pas, Et dans une maison, totalement seule, vit une veuve. Son mari était météorologue, chercheur, quelqu'un, alors il a laissé, pour la veuve, toute une maison pleine avec des appareils. Il y a beaucoup d'horloges, il y a des baromètres, hygromètres, des choses de mesurement. Et la veuve, peut-être, elle vit toujours, et les horloges, fait le tic-tac, toujours. J'ai écrit après des pièces mécaniques. La première était en 1962, la pièce pour son maitronome. C'est clairement influencé par cette vision de beaucoup, beaucoup d'horloges qui battent au même tombe dans de différentes pulsations. C'est décrit, j'ai cru dit, comme une image, comme un symbole pour le tombe qui est mesuré, mais qui est totalement statique. C'est décrit, j'ai cru dit, comme une image, comme une image, comme une image. Es ist total statisch. Es gibt keinen Punkt culminant. Und die Beziehung, die Beziehung der Beziehung in diese Polyphonie, das ist wie ein Kontinuum. Die Beziehung der Beziehung muss man sich erinnern, dass es die totalität statisch verändert. Ich bin ein Fisch von Okégem. Bevor ich in Westen habe, als ich mein Requiem war, war die Polyphonie-Technik von Okégem. Das sind wie die Wagen. Manchmal gibt es die Wagen. Es ist so, dass die Wagen, sich in einer Art von Okégem. Das ist eine Art von Okégem. Das ist eine Art von Okégem. im Jahr 1950. Ich bin allein, auf die Straße von Budapest. Ich habe eine bestimmte Vision, man kann sagen, aber es ist eine Art von Okégem. Eine neue Musik, die keine Melodie, keine Rhythm, keine Harmonie, keine Harmonie. Es ist total statisch, aber es beginnt zu ändern. Und da, das war, in fünf Jahren. Das war eine Art von Okégem. Das war eine Art von Okégem. Ich hatte die Einbringung, auf die Fühne. Das war eine Art von Okégem. Ich habe die Art von Okégem. die ich nicht gefunden habe, aber ich habe die Recomposung gemacht. Das war eine Art von Okégem. Musik 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 und zu coordonnen die verschiedenen Verteilung. Und das war meine Herausforderung. Und in 1956, in einem bestimmten Moment, ich war mit vielen Tabletten von Klee und Klee. Es gibt ein Dessin, eine Bildung, man kann man sagen, eine Kontinuente, weil es alles mit kleinen, kleinen, kleinen... Und es bewegt, aber die totalität ist statisch. Das Klee-Klee, das mir die Klee, wie ich eine Musik continuelle, aber polyphonische, gleichzeitig. Und ich bin mir klar, dass ich die Bezügeleinungen, als Orientierung. Die Bezügeleinungen und die Bezügeleinungen sind nur eine Indikation für die verschiedenen Verteilung. Die Bezügeleinungen und die Bezügeleinungen sind nicht nur eine Metrik, eine Pulsation. Die Bezügeleinungen sind nur eine Musik. und immer entwickelte. Er liebte eine Musik absolut statische. Eine Musik, die nicht bewegt. In 1956, wir waren alle sehr jung. Ein junger Kompositor ist immer influenziert. In den Kompositions von Ligati, das war die Influen von Bartok und Stravinsky. Vielleicht auch die Influen von Schoenberg. Er hat seine erste Kompositor, die hier noch in Budapest war, und mit dem er aus dem Kompositor ist. Und jetzt ist es eine Komposition valable, malgleich die Influen, die er gibt. Ich liebe seine Musik, dass seine Worte mit allen Traditionen und ich weiß nicht ein Moment, der seine Musik, wo er zurückgelegt, seine Worte. Ja, er hat sie immer konsommiert, er hat sie immer benutzt. Die Worte sind immer in seiner Komposition, aber nie in der Kompositionen, nie in der Kompositionen. Und das dauerte 15 Minuten. Ich hatte immer in der Kompositionen, ich hatte immer in der Kompositionen, in der Kompositionen, wie ich in der Kompositionen hatte. Als ich in der Kompositionen bin, in der Kompositionen bin, habe ich schon gehört, viele Folklore, zum Violon, zum Beispiel, zum Beispiel, zu sagen, das Folklore im Musiker ist, von Ungrohens, aber auch Rumän. D'ailleurs, für Borto, auch Borto, der hat auch den Folklore, Ungrohens, Rumän, Slowake, auch Balmastien, Turc, das war auch so. Das war die Musiker. Ich wusste sehr gut, aber nicht aus meiner Kindheit, als ich sechs Jahre alt war, aber als ich größer war, als ich in Kolochevar war so nahe. Die Stadt war voll, mit den Musikern, die diese Musiker spielen. Siegsb겁, Jónapot kívánni! Elment a nevet így, Pachiko. Elment. Hát kinek? Hát kitanulja meg. Soha még a világ! Ez vedetli az egész világot. Többi nincs csak, utánpontlása value. A hegedi olyan nincs, a világon. Ebbe minden hangik megvan, most ördög, nyomauságr. Ha rosszul fogom, de ha, ha tudja, fogom tiszteld á. A rosszul facit нев собственно, a un Jimmy faggio und ihr farts sagt dann nicht rutsch, sondern nur. Ich weiß wie viel dich... Du bist das alles, es ist nicht Exact, wenn es genau ist, der halt wie sie am Tag haben muss. Ich muss die Hand immer sagen, es ist nur eine der Hand nicht zu haben, es ist nur Este, dass ich etwas volles während ich keine Hand habe, dass ich es nichtегодlich behebte. Ich habe keine Ahnung, dass ich ihn rencontre, aber er muss auch ein paar 25 Jahre sein. Er hat ein Interesse, was er erzählt hat, er hat erzählt, die sens der Musik, wirklich. Ich wollte immer die Musik lernen, d'abord die Violon, und dann mein frère lernen die Violon, die Piano. Mein Vater wollte ich sehr scientifisch sein, ich wollte nicht die Musik lernen, aber ich wollte... Er wollte ich die Wissenschaft, die ich nicht konnte. Das bedeutet, zu lernen die Chemie, die Physik, die Biologie. Judy, ich habe viel gearbeitet! Ich habe viel gearbeitet, obwohl ich in der Masse nicht hatte. Ich habe naiviertes Piano geschrieben. Ich habe ein paar Violonisten kennengelernt, mit denen ich viele Sonate gespielt habe. Und da, ich hatte meine Eltern, dass wir ein Piano singen haben. Das war ich in der Kirche, wo ich bin mit meinem Freund zusammengelebt habe. Ich habe viel gearbeitet mit meinem Freund, der war sehr guter Violonist, und auch Altho. Er ist spezialisiert, Altho. Aber er wurde verletzt, bei den Nazis in 1945, in Mauthausen. Ich habe immer geglaubt, dass ich ein Grand Scientist, mit dem Preis Nobel, und auch in der Kirche, die Geschichte der Welt. Und ich wäre auch ein Compositeur. Wenn ich 18 Jahre alt war, ich habe mich, und ich habe den Baccarat, dass es nicht möglich ist. Aber es war nicht ich, es war die Politik, das war die Politik. In der Kirche, in Hongrie, auch noch nie in der Kirche, die Allemagne nazie, es gab schon einige die Verstärkung gegen die Juw. Nicht die Leute, die in der Kirche, aber es waren die Numerous Clause für die Juw. Das bedeutet, dass wir, zum Beispiel, in den Kirchen hongrohäusern, zwei Juw. Das war alles. Es gab alle die Banken. Wir haben nur einen einzigen étudiant d'origine juive, et ce n'était pas moi. On m'a beaucoup demandé, moi, que je viens d'une famille hongroise d'origine juive, comment c'est possible que moi je prends un texte de la liturgie catholique sans être croyant. Je ne suis pas croyant, ni aujourd'hui, mais je ne suis pas athéiste. Il y a d'autres possibilités. C'était une idée plutôt musicale. Une musique qui reste pour toujours. Il y a un paysage qui est toujours là. Nous ouvrons une fenêtre sur un paysage. Après un temps, nous fermons la fenêtre. Mais la musique était là. Je l'écoute, mais il a déjà sonné depuis toujours, la musique des sphères. Et il va toujours continuer à sonner. C'est une pièce de haine et de peur, et une pièce sinistre et démoniaque, où je prends le texte, surtout le texte multicolore de Diezida. D'ailleurs, le grand macabre de mon opéra, c'est le deuxième requiem. C'est la même chose. C'est la peur de la mort et la combinaison de la peur avec l'humour. Quand j'étais enfant en Transylvanée, la chose la plus impressionnante était la la foire. Le paysage roumain qui est venu avec les ours, avec un anneau qui fait danser les ours. Je pense à un jeu de marionnette, mystère, danse de mort. Parce que le grand macabre, c'est l'ange de l'amour. Alors, le grand macabre a un côté requiem, c'est la fin du monde. C'était quelque chose qui était très proche de moi, imprégné par la peur de l'humour. Depuis quand j'étais très jeune. Et les tableaux de Broch et Bruegger avec les monstres m'a beaucoup, beaucoup impressionné quand j'étais encore enfant. J'ai vu ça comme reproduction. C'était une source de requiem. Beaucoup plus qu'une musique liturgique catholique, c'est une musique de deuil qui cache des autres choses. Mon révolte contre les nazis et contre le communisme. Ma mère a déjà revenu. Elle est revenue en avril 45 de Auschwitz, ce qui était une grande chose parce que j'ai cru qu'elle allait mourir. Mais elle a revenu, le seul. Il était encore une espérance pour mon frère, pour mon père, mais après, on a vécu l'espérance en vain. Écoute, on ne parle pas de situation de l'état d'esprit parce que si je veux donner une idée de désolation et du deuil qu'on a vécu, ça serait un peu pathétique et sentimental. On était, naturellement, totalement choqués. Et c'était très, très vite parce que d'une vie assez normale, en 44, on a très, très vite passé dans une situation de déportation des Juifs, de la guerre, de la destruction des villes. Après la guerre, il y a deux possibilités, aller à Budapest ou aller à Bucarest. La possibilité d'aller en Ouest, par exemple, à Paris, qui était un rêve, je n'ai pas vraiment pensé, c'était tellement loin, c'était tellement un autre monde, c'était tellement difficile de passer les frontières. Alors, c'était mon décision au faveur de Budapest. Et je dois vivre comme étudiant, seul, et voir comment je peux me débrouiller. C'était la même difficulté à Bucarest qu'à Budapest. Et je voulais connaître Barto, qu'il était mon idole. Même si on ne peut pas travailler pour lui à Barto, parce qu'il était déjà âgé. Mais on veut être dans l'entourage de Barto. Et j'ai allé chaque jour à l'académie, et c'était un drapeau noir sur le bâtiment. On vient d'apprendre que Barto est mort à New York. C'était un choc, parce que Barto était pour nous la musique hongroise et la musique moderne. Et j'étais désolé qu'un des motifs que j'ai décidé pour Budapest, c'était de connaître Barto. C'était un choc, parce qu'il était un débat de la musique hongroise et la musique mochile. C'était un choc, parce qu'il est un choc. Alors, c'était un choc, parce qu'il est une musique, c'était un choc. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir haben Angst, nachher, weil wir Angst, dass die Dinge weitergehen werden, noch besser werden. Wir wissen nicht. Wir wissen nicht. Wir wissen, dass Staline, vielleicht nicht ein sehr großer Kommunismus, sondern ein criminer. Das sind genau die Bilder, die ich so gesehen habe, wie das, auf der Straße. Wir wissen, dass die Luton schon angefangen hat. Das ist der andere Tag, der 24. Das ist, glaube ich, die Radio-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois. Und Stokkazem hat eine Lutte geschrieben, dass der 7. November die Luton-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois. Das ist die Luton-Hongrois-Hongrois-Hongrois-Hongrois. Und Stokkazem hat mir gesagt, dass die Zeit und das Zeit, die Leute in der Paufläche sind. und ich war gefährlich, aber ich war allein in der Wohnung, auf der Radio zu hören. Das macht mir eine sehr, 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 sehr große Musik-Musik-impression, weil es ein ganzes Stil hat, das ich nicht kennengelernt habe. Als ich da, hatten wir noch einen Wissens, dass die Russen von Hongrie niederlernen, dass Hongrie ein Etat, dass ich so sozialistisch oder libre war bin, dann wollte ich nicht verlassen, wollte ich hier bleiben. Es war auch ein Risiko, sich zu gehen. Bei mir, wenn ich zu entscheiden, ob es eher eine Art oder politische Gründe gibt, würde ich definitiv sagen, eine politische Gründe sagen. Ich konnte nicht in den Situationen, wo die ganze Bevölkerung war mehr als prisonniere. Wir waren entdeckten im Bereich der Terroristen. Das sind nicht nur politische Gründe, sondern auch politische Gründe. Aber um eine contemporary Musik zu entwickeln, muss man eine Atmosphäre haben. Composition ist nicht eine Frage von Stil. Es ist eine Frage von Blick auf die Welt. Es ist eine Frage von Ideologie, die Composition. Die Situation, die Situation in Hongrieie in Hongrieie waren, dass es nicht möglich ist, eine Musikkarte wie sie hier. Er hat sehr gut entschieden, die Migration. Das war der Mythe. Er hat eine Brosse des Dents, und keine Dantifrissen. Warum? Ich wusste nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit, die Dents zu machen. Ich habe nur eine kleine Serviette, wo ich hatte den Manuskrieren von meinem ersten Äquator. Ich wollte eine Schauspieler haben. Frau Klein, mit Klapp! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh! Geh, 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 Geh... Et maintenant les gens qui passent la frontière, comme moi. Das war immer eine Haare, eine Aggressivität. Auch wenn ich nicht zeigen kann, ich bin jemand, mit vielen, ich weiß nicht, dass es das ist, jemand, der gentil ist, der Leute besitzt, vielleicht ist es eine Reaktion gegen die Dinge, aber in der Basis gibt es eine sombre, eine Noire Haare und Aggressivität in mir. Es war so, wie es ein Traum ist, zu gehen in Suede, in den Skandinavien, weil wir ein Traum in Ungarn, das sind soziale Länder, die erste Idee war, in einem Land, wo man nicht sterben kann. Und ich war interessiert, zu gehen in Deutschland, in den Elektronik-Studien, wegen der Musik-Raisons. Das war wirklich, in Cologne, auch mit dem Körbatton, weil ich glaube, dass ich nichts verstehe, ich bin ignorant, jemand, der immer geschlossen ist, was meine Kollegen in Westen tun. Und ich bin sofort in den Zentrum, in der Körbatton, wo die Stokkosn und König gearbeitet haben, wo Bruno Maderna war, der Franco-Evangelistische war. Ich wollte auch sehen Boulès, weil ich sehr interessiert war, dass seine Musik nicht mehr wissen, bevor wir es nicht kennen. Ich habe meistens drei Jahre in der Köln-Dakon-Studium in Cologne, die 1957 bis 1959 zu 2019. In diesem Zeitpunkt, wo wir noch nicht benutzen, die Ordinateur und die Synthetiseur und die Arbeit war, was manuell. Wir produzieren die Sonorität, wir kümmern, wir organisieren den Rhythmen und es ist wie eine voix in der Polyphonie. Und ich lasse den Studio, weil ich nicht so gut die Sonne, die von den Autoparleur kommt, und ich verabschiede meine Erfahrung auf den Orchester. Das bedeutet, zum Beispiel, die Atmosphäre, die Idee nicht möglich war, ohne die Erfahrung im Studio zu überprüfen, dass ich n'importe wie viele Fälle. Das ist eine amplifizierung der Idee im Studio. Das ist nicht die Ordinateur, die die Kompositionskompositionskompositionskompositor-Ordinateur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 die gleiche Vorteile, aber auch die gleiche Signifikanz wie die Illusionen, die sie visuellen sind. Ich nehme eine Forme musicale, die ich imagin habe, eine sehr graduelle Transformation in eine Harmonie statische. Aber ich mache sie in eine Trange. Ich nehme eine Trange. Sie sind in einem Flugzeug, Sie passen sehr schnell. Sie sehen, dass der Trange ist. Der Trange ist, dass ich einen Trange und das Trange mache. Ich mache etwas sehr, sehr unglaublich in der Klafsennung für den Klafsenn. Untertitelung. BR 2018 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 Ich bin sehr, sehr beeindruckt, nicht der Folklore africain, der Ethnische Kultur, sondern der Polyrhythmik, sehr complexe. Was mich interessiert, ist wirklich die Polyphonie von verschiedenen Kuchen, subordenten, sousordenten oder egalen. Das bedeutet, dass ich enthüßt. Das sind die Polyphonie Polyphonie. Und ich möchte eine neue Polyphonie entwickeln. Es gibt viele andere implikations. Zum Beispiel, ich habe, wie viele Leute, sehr viel Angst vor der Araniere. Und dann, die großen Teufel, wie man sagt, die Araniere, ist etwas, was mich interessiert und ich habe Angst. Also, viele Sachen von meiner Musik machen etwas mit den Araniere, auch die Araniere, die Araniere Araniere, und die Araniere Araniere. Die Topologie des Nudes, zum Beispiel, spielt eine sehr große Rolle in meiner Meinung. Ich möchte Ihnen einen Beispiel von meinem Konzept von Piano. Ich will warten, wenn es so verrückt wird. Ich bin fast. 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 Es gibt zwei Böcher. Es gibt bereits zwei Böcher. Ich muss jetzt eine 3. Böcher kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich n'utilise aucun de ces idées. Ich n'ai aucun dogme in general. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen werde, nachdem ich die Geschichte, die ich jetzt machen möchte. Ich bin ein bisschen wie in einem labyrinth. Ich bin aveugle. Ich bin in ein bestimmtes Ort. Und jetzt, ich suche. Ich suche sehr, 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 immer noch neue Möglichkeiten. Ich will nicht bleiben im Resultat wo ich bin, wo ich habe. Wenn ich ein Resultat habe, ich suche wieder ein neues Ort. Ich gehe in ein neues Labyrinth, ohne zu wissen, wo es geht. Ich weiß nicht den Zukunft. Ich komme. Ich hoffe, ich soulig. UNTERTITELUNG 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 des ZDF für funk, 2017 Ich mache die Sache, weil die Sache mich interessiert, weil ich die inneren Besuche zu produzieren, diese Musik zu produzieren. Und in diesem Moment, ich bin vielleicht auch sehr optimistisch, dass wenn ich etwas mache, dass ich mein Liebe, mein Herz, meine Konzentration, in ein Ergebnis, ein Ergebnis, das ist nicht geschnitten von der Gesellschaft. Das Ergebnis wird, selbst wenn ich möchte oder ich nicht möchte, eine bestimmte Werte, in der Kulturelle generelle, aber nicht immediate. Das sind die spirituellen Werte, die bleiben. Mein Passwort ist autrichisch. Also, ich bin ein Juif hongrois, né in Transylvanie, mit der nationalität roumähne, als ich bin. Ich hatte die nationalität hongroische, als ich war in Budapest. Es war sehr schwierig. Aber ich bin weg, nach der Révolution 1956, in Vienne. Ich bin nicht occidental, aber ein Mensch, in alle zwei Worte, in alle zwei Worte. In meinem Herz, ich bin überall. Ich bin in Vienne, in Hamburg, in Paris, in New York, in Budapest. Ich bin in der Welt. Ich bin in der Welt. Ich bin in der Transylvanie, wo ich nicht war, seit 36 Jahren. Ich bin in der Transylvanie, wo ich nicht war, seit 36 Jahren. Ich bin in der Welt. In der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020